Hallo zusammen an alle Finanz- und Kryptofreunde zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist wieder Montag und ihr wisst Bescheid, das bedeutet natürlich wieder MemeCoin Monday. Wir schauen auf mein MemeCoin Depot, wie hat es sich entwickelt und ja, welche Coins haben gut performt, welche Coins haben weniger gut performt und was hat es sonst noch so gegeben. Los geht's natürlich wie immer direkt nach dem Intro. Zuerst werfen wir natürlich wieder einen Blick auf die letzte Woche, auf die Zahlen der letzten Woche. Ja, es hatte sich um 50 Prozent, um über 50 Prozent das Depot nach oben entwickelt auf 7.847 Euro und 4 Cent. Super Entwicklung in einer Woche um 52 Prozent. Und da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, es lag am Turbo. Der Turbo hatte sich auf 4.532 Euro nach oben katapultiert, kann man schon fast sagen, um fast 100 Prozent. Schauen wir dann mal auf diese Woche, wie es nun aussieht. Ja, die Performance konnte nicht ganz gehalten werden. Es hat sich einiges zurückentwickelt, um 9,19 Prozent im Minus diese Woche. Das Portfolio, der Turbo hat natürlich auch korrigiert, um fast 1.000 Euro und das Depot hat noch einen Wert von 7.125 Euro und 87. Trotzdem natürlich immer noch eine super Performance bei einem Invest von knapp 1.200 Euro, nun 7.125 Euro wert. Da kann man nicht meckern. Ja, aber ein Token hat trotzdem auch wieder super performt. Wenn wir nochmal auf die letzte Woche kurz gucken, und zwar der Milkback. Milkback von 313 Euro hat sich mehr als verdoppelt. Jetzt mittlerweile drittgrößte Position auf 640 Euro. Und deswegen wollen wir uns den Milkback doch mal diese Woche genauer anschauen. Und dazu gehen wir mal auf die Seite von CoinMarketCap, schauen uns den Milkback mal genauer an. Mal ein paar Daten raussuchen. Ja, wie wir hier sehen, 6,82 Millionen an MarketCap ist nicht ganz so viel. Ist ein Solana-Token, also läuft auf der Solana-Chain. Ist auch schon, ja nicht mehr ganz so jung, schon ein paar Monate alt. Der Milkback, ich habe den auch schon etwas länger im Portfolio und auch auf dem Schirm. Ja, das Maximalangebot, eine Billion Milkback. Die sind allerdings nicht mehr ganz im Markt. Und woran das liegt, das schauen wir uns gleich mal an. Zuerst gucken wir nochmal weiter auf ein paar Daten. Ja, Allzeithoch lag hier bei 0,0078. Ich gehe mal auf die Jahressicht. Ja, wir sehen hier bei 0,0078. Und ja, die Community oder Milkback hat vor, so lange Token zu burnen, bis der Kurs auf 1,99 steht. Schauen wir uns hier mal an, auf der Twitter-Seite, auf der X-Seite von Milkback. Auch über 14.000 Follower. 305 folgen sie selber. Hier sehen wir also, just a Milkback burning till we hit 1,99. Also es werden wirklich jeden Tag 350.000 Milkbacks geburnt. Da gibt es auch verschiedene Telegram-Gruppen zu. Hier sehen wir die englische Gruppe mit über 4.200 Mitgliedern. Es gibt noch eine deutsche Gruppe. Es gibt da noch einen Announcement-Kanal. Immer ziemlich viel Traffic los. Und ja, verlinke ich euch natürlich mal unten in der Beschreibung. Wir schauen dann auch nochmal auf die Homepage. Ja, also hier sind nochmal die Daten. Supply 1 Billion. Liquidity ist natürlich geburnt, also kann kein Rug mehr entstehen. Es war kein Pre-Sale, also nicht wie bei den anderen Token, dass da erst Millionen eingenommen wurden, um dann den Preis wieder zu dumpen. Es gab ja den einen oder anderen Token, wo es nicht so gut gelaufen ist. Die Death Wallet hält 5%. Ja, und hier auf BirdEye sehen wir, der Chart sieht richtig gut aus. Hat sich schön nach oben entwickelt. War jetzt vor kurzem, wie gesagt, beim All-Time-High. Natürlich werden dann auch mal Gewinne mitgenommen, etwas zurückgekommen. Aber wenn das Team es wirklich durchzieht und Token burnet bis zu einem Preis von 1,99 Euro, ist dann natürlich noch jede Menge Luft nach oben. Hier schauen wir uns nochmal den Maximalsupply an. 943 Milliarden, 154 Millionen. Im Holders 2.800 Euro. Auch schon eine Menge. Und ja, Community-Sentiment 94. Also richtig gut. Gute Daten, auch vom Volumen her gut. Ein 24-Stunden-Volumen von 421.000 Dollar. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges geht beim Milkback. Ich werde es auf jeden Fall natürlich auch weiter verfolgen. Ich bin in den ganzen Communities mit drin. Und das ist natürlich, wie gesagt, keine Finanzberatung, also keine Anlageberatung. Aber meiner Meinung nach ein Token, wo ich jetzt auch die Community, wie gesagt, schon länger verfolge. Und es ist immer Traffic auf den Kanälen. Es ist immer Traffic im Telegram. Schaut gerne mal rein. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ja, welche Token konnten sich noch gut entwickeln? Der Säuber ist auch gut gestiegen. Auf 332 Euro, war vorher bei 252 Euro, sind Käufe reingekommen. Die Marktkapitalisierung auch von 10.000 auf 15.000 gesteigert. Also da tut sich auch etwas. Ja, die kleineren Coins, dann haben sich nicht großartig bewegt. Der Bonk von 1054 auf 983 runter. Der Doku fährt auch von 542 auf 483 runter. Also alles ein bisschen konsolidiert. Im Moment geht das Geld wieder in Bitcoin rein. Ja, wenn man sieht, nach der Bitcoin Conference, da sind ja ein paar Aussagen gefallen, die im Nachhinein doch positiv für Bitcoin waren, von Amerikaseite aus. Da muss man natürlich warten, was sich bis Ende des Jahres und bis zu den Wahlen natürlich auch ergibt, was da passiert. Aber ich denke, bei den Meme-Coins, ihr seht ja, es geht immer in Wellen, dann pumpt der eine, dann pumpt der andere. Natürlich korrigieren die Meme-Coins, die dann gut gepumpt haben. Auch wieder ist ganz normal. Aber wenn sich das Depot kontinuierlich eben nach oben entwickelt und dann auch mit diesen Beträgen in den richtigen Bullrun reingeht, dann, ja, denke ich mal, wird einiges möglich sein. Eine kurze Info zu Säuber gibt es noch. Am 1. nächsten Monat gibt es um 20 Uhr wieder ein Burn-Event. Denn Säuber ist auch deflationär. Säuber wird auch geburned. Und da gibt es auch wieder was zu gewinnen. Ein T-Shirt gibt es da zu gewinnen. Alle, die in diesem Monat ein NFT gemintet haben, nehmen an der Verlosung teil. Wie gesagt, am 1. August um 20 Uhr hier auf diesem Kanal gibt es live die Verlosung. Schaut gerne mal mit rein. Und vielleicht habt ihr wirklich das Glück und gewinnt das T-Shirt. Es sind noch nicht so viele NFTs gemintet worden. Also ist die Chance noch relativ groß, da was zu gewinnen. Das war es dann auch heute schon wieder mit dem Update. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video natürlich gerne einen Daumen hoch und lasst dem Kanal ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit dem Portfolio weitergeht, wie es sich im Bullrun entwickelt. Ja, und vielleicht auch welcher Meme-Coin dann durch die Decke geht und als nächstes pumpt. Wir sehen uns dann am nächsten Montag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.